Surah 62, Al-Jumu'ah, der Freitag, offenbart zu Al-Madina, elf Ayat. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, preist Allah. Den Herrscher, den Einzigheiligen, den Erhabenen, den Allweisen. Er ist es, der unter den Analphabeten einen Gesandten aus ihrer Mitte erweckt hat, um ihnen seine Verse zu verlesen und sie zu reinigen und sie die Schrift und die Weisheit zu lehren, obwohl sie sich zuvor in einem offenkundigen Irrtum befanden und anderen von ihnen, die sie noch nicht eingeholt haben. Und er ist der Erhabene der Allweise. Das ist Allas Huld. Er gewährt sie, wem er will. Und Allah ist der Herr der großen Huld. Das Gleichnis derer, denen die Tora auferlegt wurde und die ihr dann nicht nachlebten, ist wie das Gleichnis eines Esels, der Bücher trägt. Übel steht es um die Leute, die Allas Zeichen leugnen. Und Allah rechtleitet kein ungerechtes Volk. Sprich, o ihr, die ihr Juden seid, wenn ihr meint, ihr seid die Schutzbefohlenen Allas unter Ausschluss der anderen Menschen, dann wünscht euch den Tod, wenn ihr wahrhaftig seid. Doch sie werden sich ihn niemals wünschen, um dessen Willen, was ihre Hände ihnen vorausgeschickt haben. Und Allah kennt die Ungerechten recht wohl. Sprich, der Tod, vor dem ihr flieht, wird euch sicher ereilen. Dann werdet ihr zu dem zurückgebracht werden, der es kennt, das Verborgene und das Sichtbare. Und er wird euch verkünden, was ihr zu tun pflegtet. O ihr, die ihr glaubt, wenn zum Freitagsgebet gerufen wird, dann eilt zum Gedenken Allas und stellt den Geschäftsbetrieb ein. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Und wenn das Gebet beendet ist, dann zerstreut euch im Lande und trachtet nach Allas Gnadenfülle und gedenkt Allas häufig, auf das ihr Erfolg haben möget. Doch wenn sie eine Handelsware oder ein Spiel sehen, dann brechen sie sogleich dazu auf und lassen dich im Gebet stehen. Sprich, was bei Allah ist, das ist besser als Spiel und Handelsware. Und Allah ist der beste Versorger.